Mit dem Tai Chi Kuan ist es wie mit einem Musikinstrument oder wie mit einer fremden Sprache. Ich kann es Ihnen zeigen, es Ihnen im wahrsten Sinne des Wortes beibringen. Wenn Sie es annehmen, werden Sie schon bald seine wohltuenden Wirkungen spüren. 10 Minuten täglich sind genug, aber auch erforderlich. Wenn Sie mehr Zeit investieren möchten, umso besser. Üben Sie Ihren Körper wie ein Musikinstrument zu spielen, ihn in einer fremden Sprache sprechen zu lassen und Sie werden erstaunt sein, zu welcher Bewegungskunst Sie fähig sind. Wenn Sie täglich Tai Chi Kuan üben, werden Sie feststellen, dass Sie sich wesentlich ausgeglichener und entspannter fühlen. Vorhandene Muskel-, Gelenk- und Rückenbeschwerden werden gelindert und eventuell behoben. Musik